Und damit herzlich willkommen zum Tuxplash. Hallo, oh, andere Anordnung, hallo, hallo Jean, hallo Hauke, es ist mir jetzt zu kompliziert, hier Spiegelverkehr zu gucken. Ah, ach, es sieht anders aus. Jetzt sehe ich es ja auch, wie es aussieht. Also, hallo, willkommen, dass ihr da seid und egal, wo ihr es guckt, ob auf mich, da war es sein letzter Schluss oder auf Linux Guides Live oder irgendwo anders, ihr kommt nicht dran vorbei, genau. Und dann haben wir natürlich noch Jean, in die richtige Richtung. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, ja. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich bin hier fast aus dem Nordpol, nicht ganz, aber es sieht so ein bisschen aus, ne. Aber ja, schön, dass ich wieder hier bin. Ja, schön, dass wir uns wieder eingefunden haben, hier in unserer Linux-Kathedrale. Keine Ahnung. In der gemischt warmen WG quasi, ne. Also bei mir ist es eher warm, bei Jean ist es eher kalt und bei dir ist es so mittel, oder? Äh, nee, es ist warm, also... Okay. Ich bin nah an der Sonne. Ja, genau, dann haben wir uns heute was Schönes ausgedacht, ne. Nächste Woche, oder? Gar nicht warm. Äh, was war jetzt der Termin? Zehnter, Sechster. Das ist ja der Samstag. Also dieser Samstag kommt das neue Debian raus, in der Version 12 mit dem Bücherwurm, also der Bookworm. Ja, und dann reden wir mal relativ spontan und ungeplant darüber, wie wir sowas hier immer so tun. Der Bücherwurm, absolut. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare reinschreiben oder in den Chat, wenn ihr das live mit seht, ob ihr das Ganze ausprobieren wollt, ob ihr euch drauf freut oder ob euch das sowieso egal ist, weil ihr, keine Ahnung, Ubuntu, Linux, Mint, PopOS, Arch Linux, by the way, oder sonst auch irgendwas nutzt. Ne, schreib das gerne mal rein, das würde mich interessieren. Wo du gerade live gesagt hast, kann jemand noch parallel den Chat von linuxguides.de live offen haben? Das ist das Einzelne, was ich hier habe. Den habe ich, den habe ich. Gut, gut. Dann ist das ganz hervorragend. Erstmal vielleicht die Frage in die Runde. Freut ihr euch auf das Debian 12? Kümmert es euch in irgendeiner Form oder ist es euch eigentlich absolut egal erst mal? Hm. Also für mich ist es ja so, die Butter- und Brotdistribution, die ich auf vielen Systemen verwenden werde. Oder zum Teil teste ich es ja auch schon. Also damit ich bei meinem Softwareverteilungssystem M23 das möglichst zeitnah auch unterstützen kann, habe ich ja schon diverse Runden mit Debian 12 gemacht. Und ich habe ja auch eine Videoserie dazu gemacht, wo ich mir verschiedene Desktops unter der Vorabversion von Debian 12 mal angeschaut habe. Also von daher habe ich damit schon einiges gemacht. Ob ich mich darauf jetzt so unbedingt freue, weiß ich nicht. Also es erfüllt so seinen Zweck. Also für mich ist Debian so eine Art Rohrzang. Es tut genau das, was es soll. Es ärgert mich nicht. Es funktioniert einfach. Aber ich breche jetzt auch nicht in Jubel aus. Oh, schon wieder ein neues Debian. Ey, toll. Ich habe ja sogar drauf gewartet. Nee, eigentlich nicht. Aber es ist gut, dass die daran arbeiten. Und ja, das sehr, sehr lange ja auch schon. Und eine stabile Basis für andere Distributionen sind. Und ja, das ist gut, dass sie es tun. Also ich freue mich ein bisschen drauf. Zwecks meinem Server hier im Homelab. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich von Ubuntu-Server mal weggewechselt bin auf Debian. Bin seitdem ziemlich zufrieden wegen der Stabilität. Ich glaube, das ist sogar... Ja, das ist der erste Dist-Upgrade, den ich mit Debian machen werde. Auf diesem... Auf meinem Homelab sozusagen. Aber ich freue mich ein bisschen drauf, weil es diesmal gefühlt und auch reell ein bisschen anders ist als sonst, muss man mal sagen. Es ist ja ein bisschen Bewegung in die Debian-Distribution gekommen Richtung unfreie Treiber. Ja, die sind ja jetzt automatisch, sobald erkannt wird bei der Installation, dass du unfreie Treiber brauchst. Wenn die erstmal eingeschaltet, kannst du natürlich auch im Nachgang wieder abschalten. Aber das, was früher Kritik war, nämlich... Oder was heißt Kritik? Kritik ist es nicht. Es ist früher für den Einsteiger ein bisschen schwierig gewesen, gerade bei so einem Notebook oder bei exotischer Hardware etwas zu installieren und dann gibt es den Treiber nicht, weil der nicht freie Software ist. Dann muss man das im Nachgang machen. Das ist so ein bisschen eine gewisse Hürde für den Einsteiger. Ja, da finde ich es gut, dass sie sich dahingehend so ein bisschen geöffnet haben und diese Einstiegshürde dadurch deutlich minimieren. Kann ich nicht meckern, finde ich super. Lassen aber auch wirklich immer noch offen, das komplett freizunehmen. Man kann es wieder deaktivieren und dann muss man es nicht nehmen. Beziehungsweise man kann es dann auch als Boot-Parameter am Grub setzen sogar. Irgendwie so ging es. Kurz angelesen, irgendwie so war es. Dementsprechend finde ich das schon ganz, ganz interessant. Und die sind, ich weiß nicht, wie ihr das findet, die sind gefühlt deutlich näher am Ist-Zeitgeist mit den Paketen, als es gewöhnlich oder gewohnt waren. Du darfst nicht so doll nicken schon. Nicht mit dem wackeligen Monitor. Ich muss das nochmal just hier und hier. Ich bin mit dem Fuß drangekommen. Jetzt ist da wieder Feierabend. Nicht bewegen. Aber im Podcast sieht man es ja nicht. Ist ja nur zum Hören. Absolut. Nur zum Hören. Und zwar komplett auf die Ohren. Ja, bezüglich Debian 12. Ich muss sagen, ich freue mich schon ziemlich. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das erste Mal so richtig Debian verfolgt. Ich sage mal mit der Debian 11 Version oder vielleicht auch schon als Debian 10 damals rauskam. Aber war halt so nebenbei, weil ich es natürlich selber nicht groß genutzt habe und so. Dann ist es für die meisten eigentlich auch egal. Aber jetzt auf meinem Hauptrechner nutze ich ja schon Debian 12 eine Zeit lang. Seit, ich meine, seit Weihnachten ungefähr. Und genau, das war damals noch Testing, muss man dazu sagen. Also jetzt wird es erst richtig Debian 12. Und von daher bin ich da eigentlich schon ziemlich gespannt, wie das sonst so ankommt. Aber natürlich auch ganz klar ist jetzt auch nicht das Linux, was jetzt jeder Einsteiger oder sowas nutzt. Aber wobei, ich muss sagen, so ein bisschen verändert sich dann doch schon so mein Fokus. Je nachdem, was man nutzt. Hin so ein bisschen zu Debian 12. Jetzt wird wieder ein Video zu Debian 12 erscheinen am Freitag. Also schon relativ viel Debian-Inhalte. Und das muss ich mal schauen, wie das sich so vereinbaren lässt. Ansonsten freue ich mich auf die neue Hard- bzw. Software, besser gesagt. Das ist ja schon ziemlich nah am Zahn der Zeit. Ich glaube, die neueste Gnome-Version hat es nicht mehr reingeschafft. Aber ansonsten einen relativ aktuellen Kernel haben wir. Ich glaube, 6.1 ist da standardmäßig mit drinnen. Kann ich mal schnell nachschauen. Das ist der aktuelle LTS-Körnel. Das ist so. Das ist der 6.1. Das ist der aktuelle LTS-Körnel. Genau. Genau um 43 haben wir drin. KDE-Plasma. Die letzte KDE-Plasma 5 Version ist drin. 5,27. Danach soll es ja KDE-Plasma 6 geben. Bin ich mal gespannt, was denn das kommt. Also da können wir auch nochmal gleich drüber reden. Und ansonsten halt eben alles sehr aktuell, sagen wir es mal so. Und noch am Zahn der Zeit. Das wird natürlich jetzt über die Jahre wieder ein bisschen älter. Wobei ich habe jetzt heute meinen Laptop zufällig angeschmissen. Da habe ich tatsächlich ursprünglich auch ein Debian 10 damals mit drauf gehabt. Und das aktualisiere ich gerade auf Debian 12 tatsächlich, von Debian 11 aus, von Bullseye. Und ich habe mir das nochmal angeschaut vorhin. Ich habe es nicht groß genutzt, weil ich da noch ein Linux Mint drauf habe. Das war aber trotzdem noch für meine Verhältnisse ziemlich aktuell. So von der Oberfläche her und wie es aussah, ist ein Gnome drauf. Und das fand ich doch eigentlich ganz nutzbar. Jetzt auch, ich sage mal, in den letzten Debian 11 Tagen, wo jetzt Debian 11 die allerneueste Debian Version ist. Debian 11 bekommt ja, glaube ich, noch ein bisschen lang Updates. Sind das wirklich immer genau fünf Jahre? Ich habe das Gefühl, dass es diese Old Stable Varianten und dann gibt es ja nochmal Old Old Stable. Aber dieses Old Old Stable gibt es, glaube ich, gar nicht so lang. Irgendwie ein Jahr oder sowas. Also, dass wir am Ende hier auch die fünf Jahre drin haben. Wisst ihr das zufällig genau? Ansonsten schreit ich da auch nochmal nach. Aus dem Kopf nicht. Aber ich habe es, glaube ich, letztens irgendwie mal nachgeguckt, weil ich das nochmal wissen wollte. Aber, also, so hundertprozentig feststehen diese Zeiten, glaube ich, nicht. Also, die ist mit dem LTS ist ja noch relativ neu. Was haben wir denn da? Da haben wir. Also, jetzt Buster, die 10er Version. Die kam am 6. Juli 2019 raus. Und die wird unterstützt bis 2022. Das ist das Support-Ende. Und dieses LTS-Ende, also ich denke, dann sind alle letzten Sicherheitsabjets raus. Das geht bis 2024. Das heißt, dann haben wir die fünf Jahre mit drin, wenn man das zusammenrechnet. Also, laut Debian selber ist sogar Debian 8 Jesse noch unter erweiterter LTS-Support. Erweiterter LTS-Support? Wie kommt man denn da ran? Keine Ahnung. Ich denke, das sind eventuell Firmen, die das wahrscheinlich nochmal da, Repositories pflegen. Weil, also, man darf natürlich nichts glauben an Leuten. Ich sage mal, nie Leuten glauben, die was im Internet irgendwie erzählen oder was im Internet steht. Aber Wikipedia sagt, Debian 8 und 9 sind rausgelaufen. Aber, ja. Man muss raufklicken, dann kriegt man dort die Infos. Debian 8 Jesse soll bis 2025 am 30.06. noch unter diesem erweiterten LTS-Support stehen. Debian Jesse ist die 8, ne? Das ist schon ordentlich. Jesse ist die 8. Es ist a commercial offering to further extended lifetime to 10 years. Ja, okay. Ja. Aber muss man von der Firma, ja, buchen oder so ein Abo-Modell, wo man das denn irgendwie mit dazu kriegt? Und die Frage ist, was das alles abdeckt, ne? Ja. Free XM Service Company specialized in Debian GNU-Linux. Debian LTS-Support. Ja, gibt's nur eine Firma, die dort irgendwie das anbietet. Auch interessant zu wissen. Dann ist aber... Ja, Long-Term-Support. Ich will mal eigentlich ganz kurz mal wissen, was kostet der Spaß? Sagen sie einem das? Vermutlich nicht. Doch, irgendwie gibt's hier eine Tabelle. Ja, hast du. Hier die Payment. Ich glaub, das ist pro Instanz. Ja, pro Jahr 255 Euro. Für Basic 1, was auch immer das ist. Ja. Da ist gar nichts drin. Okay. Das ist schnappert. Für nichts. Was ist gar nichts drin? Das ist ein bisschen wenig. Keine Ahnung, was das abdeckt. Also das ist gerade aus dieser Tabelle relativ schlecht zu überschauen. Aber man kann... Also nach oben ist fast nichts offen. Also man kann auch knapp 25.000 Euro im Jahr zahlen. Für diesen Support. Nicht schlecht. Das ist super. Den nehm ich. Da krieg ich dann aber alles. Ja, das wird sich, denke ich mal, steuerlich absetzen lassen. Ich denke auch. Ich denke auch, ja. Stark. Die wollen selbst Debian 10 noch bis 2029 somit unterstützen. Aber der Base Support ist bereits ausgelaufen. Ja. Das ist dieser LTS Support ist das, was von der Community gepflegt wird. Und dieser Extended LTS Support ist das, was von dieser Firma gepflegt wird. Okay, okay. Ansonsten mal eine Frage, also Debian 12 hat da jetzt irgendwie unfreie Firmware mit drinnen, in gewisser Weise im Installer, dass das besser nachgeladen werden kann. Die Frage ist, ist das im Installer direkt mit drinnen oder ich habe das bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe mir den Release Candidate 4 angeschaut vom 27. Mai. Da habe ich jetzt keinen Hinweis auf irgendetwas gefunden. Ich muss sagen, ich habe aktuell jetzt auch kein Gerät oder sowas, womit ich das ausprobieren könnte. Hat da jemand von euch schon Erfahrung oder weiß da, wie das ablaufen soll? Er soll es durch die Hardwareerkennung selbstständig quasi entscheiden. Wenn er merkt, du hast eine ziemlich aktuelle Nvidia oder AMD Grafikkarte drin, macht er die Non-Free-Repos dazu in deine Upliste. Und dementsprechend kannst du erstmal oder installiert er dann erstmal die proprietären Treiber aus dem Debian-Repo. Okay, du brauchst die Internetverbindung dann. Aber das Problem, was ich vor ein paar Jahren hatte, dass mein WLAN nicht funktioniert hat und ich dieses proprietäre WLAN-Modul hatte oder brauchte. Das fällt ja dann aus eigentlich, oder? Wenn du nur WLAN hast. Ich glaube, solche essentiellen Geschichten wie WLAN sind sogar mit drin in den Isos. Weil die sind ja auch um einiges gewachsen, wenn euch das mal aufgefallen ist. Diese Net-Install-Isos, die waren sonst immer so um die 300 MB und jetzt sind die um die 750 MB. Also da sind schon ein paar Treiber dazugewandert. Aber diese, also das gibt ja ein extra Repo nur für diese unfreie Firmware. Aber Firmware selbst, beinhaltet das auch Kernel-Module? Wenn die dafür nötig sind, müsste es sein. Aber die sind erstmal nicht nötig für solche Geschichten wie Netzwerkkarten. Diese Netzwerkkartengeschichte, die haben sie im Installer mit drin. Das ist ja auch Quatsch, wenn es nicht wäre. Also, was haben sie glaube ich mit drin? Das war glaube ich sogar die erste große Diskussion, die es damals aufkam, zwecks Debian 12 oder beziehungsweise dieser Schritt zur unfreien Software. Das ist einfach so ein Ding der Installation. Also kann ich mir zumindest vorstellen, bin ja selber kein Debian-Entwickler. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Installations-ISO größer geworden ist. Ja, ja. Um einiges. Ich habe mit der ersten, ich mit der ersten Release-Kandidate. Ich muss sagen, ich finde von der Release-Kandidate 4 nur die DVD-Images. Nicht die Network-Boot, aber vielleicht, oder Network-Images. Vielleicht bin ich da einfach zu blöd, die zu finden. Das ist eigentlich auf derselben Seite, wenn du einmal auf der richtigen Download-Seite bist. Ja, gut. Okay. Aber, ja, na klar. Also, wenn das jetzt 800 MB sind, dann hat sich das ja verdoppelt von der Größe her. Dann ist das ja erstmal für die Nutzer gar nicht so schlecht, denke ich. Ich weiß nämlich gar nicht. Doch, das ist das Notebook gewesen. Mein altes, aussortiertes Lenovo ThinkPad, von dem ich schon beim vorletzten Mal erzählt habe, da hatte ich mal vor Ewigkeiten Debian 10 versucht, drauf zu installieren. Da hat er mir bei der Installation gesagt, höre zu, Kollege, deine WLAN-Karte, die kennen wir, mögen wir aber nicht, weil unfreie Software. Schreib dir das mal auf für später, so nach dem Motto. Da hat man mal kurz das Smartphone gezückt, Foto gemacht, weil man ja nicht tippen will oder schreiben will. Und dann musste ich die im Nachgang über Ethernet-Verbindung dann nochmal nachladen. Zwar auch erst die Repos aktivieren. Und mit der Installation jetzt, mit diesem Release-Kandidate, kam die Frage gar nicht auf. Ist ja dieselbe Karte, dieselbe Firmware. Dementsprechend, experimentellerweise, konnte ich das schon so halbwegs verifizieren. Und da bin ich auch erst mal drauf gekommen, hm, ja stimmt, das Image ist größer. Ich vermute mal, dass da ganz, ganz viele, ja, ähm, ja sag schon. Schreiber-Firmware. Schreiber oder Firmware für gerade was Konnektivität oder, 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 ja, Konnektivität oder Kommunikation angeht, einfach dabei ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut tatsächlich, ne. Also da freue ich mich drauf, ne. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, ansonsten, was mir ja auch gar nicht aufgefallen ist, Debian 12 verwendet Pipewire. Gar kein Puls-Audio mehr als Sound-Server, sondern Pipewire. Und, ähm, ich muss sagen, ich hab das erst mitbekommen, als ich das so ein News-Video gemacht hab und das quasi auch so vorgelesen hab, so, ja, wir nutzen jetzt Pipewire. Und ich so, hey, warte mal. Hab ich schon Pipewire drauf? Ich schau da drauf und, ja, tatsächlich, mir ist es null aufgefallen. Das ist natürlich das Beste, wenn es, äh, wenn irgendwas drunter gewechselt wurde und man keine Komplikation hat und es einfach läuft. Und so war es tatsächlich in diesem Fall. Also, ja, kann ich auf jeden Fall sagen, ich hatte null Probleme damit. Ich bin jetzt auch nicht der krasse Sound-Mensch, ist ganz klar, aber so für das Alltägliche keine Probleme oder irgend so etwas gehabt in der Art. Fand ich stark. Ja, aber wann fällt's dir mal auf? Also, wenn's läuft, dann läuft's. Also, dann ist es doch relativ egal, ob's nur ein Puls-Audio, Alsa oder Pipewire oder Ähnliches ist. Richtig, aber dass es direkt gelaufen ist, ne? Ja. Das find ich gut. Also, darf immer so sein. Hättest du Zweifel gehabt? Also, Pipewire ist ja schon bei PopOS seit Ewigkeiten drin. Also, ich hab bis jetzt nicht wirklich Probleme. Aber dass andere Programme irgendwie vielleicht mal dort Schwierigkeiten gehabt hätten, ne? Sozusagen. Aber dadurch, weil's da, glaub ich, sogar noch mal ne Kompatibilitätsschicht dazwischen gibt, ist das absolut kein Problem, ne? Also, das hat mich sehr, ähm, erstaunt tatsächlich im positiven Sinne. Also, weiter so, würd ich mal sagen. Äh, aber ist Pipewire, ähm, nicht quasi API-kompatibel zu Puls-Audio? Also, ersetzt es doch komplett? Da ist doch nicht nochmal extra ne Schicht zwischen, oder? Es ersetzt es komplett. Aber sie haben das, glaub ich, in gewisser Weise, also, es gibt so ein Puls-Audio-Pipewire-Paket, was, glaub ich, so die Puls-Audio-Schnittstellen trotzdem noch mit anbietet für Programme, denk ich. Irgendwie so wird's sein. Ja, aber ansonsten ersetzt es das schon komplett, da hast du schon recht, ganz klar. Und das Ding kann auch Video irgendwie handhaben. Nicht nur Audio, sondern auch Video. Wie, weiß ich nicht, aber, ähm, eventuell braucht man das dann für Wayland nochmal zusätzlich, weil, ja, das ist ja dann auch ein bisschen schwieriger mit Bildschirmaufnahmen. So richtig super gelöst ist es ja nicht immer, ne? Mit Wayland. Ja, wobei Debian 12 ist Wayland noch nicht standen. Oder bin ich teils auf dem Holzweg? Nein, nein, das nicht. Also, ich glaub, bei Gnome könnte es sogar sein. Das müsste ich mal ausprobieren später, wenn mein, äh, Debian Gnome fertig ist. Ansonsten so ein Cinnamon, was ich jetzt drauf hab, oder Xfce, die haben ja sowieso das X-Protokoll noch. Echt? Cinnamon immer noch X? Hm, Cinnamon ist noch auf X, wobei sie haben jetzt auf Matta rumgestellt. Oh, das tut mir leid. Hm? Das war jetzt, äh, Pipewire. Er ist ja nicht sein Hauptrechner. Ist es besser? Jetzt ist es wieder besser. Ja, jetzt, ja. Jetzt ist es wieder besser. Also, dann rede ich einfach mal weiter. Und ihr sagt mir, wenn wieder irgendwas ganz Blödes ist. Ähm, nee, das ist gar kein Pipewire. Das ist ja ein Linux Mint noch. Ganz normal mit Pulse Audio, glaub ich. Ähm, nee, äh, Cinnamon hat zwar jetzt, äh, in der neuen Version auf, äh, Matta umgestellt, beziehungsweise auf eine ganz neue Version umgestellt. Die sind irgendwie Matta 5.5 oder sowas ausgestiegen. Und jetzt haben wir, weiß ich nicht, wie viele Versionssprünge wieder hoch sind. Matta war der Displaymanager. Matta ist, ja, ja. Display, kann man das Displaymanager nennen? Nee, Windowmanager. Windowmanager. Windowmanager, ne? Displaymanager ist ja das X11 oder Wayland. Ja, Windowmanager, sorry. Genau, genau. Und das Ding vereint aber auch halt eben die Wayland-Implementierung. Das geht so ineinander über. Ähm, und, äh, genau. Von daher ist, denke ich, Cinnamon jetzt schon Wayland-ready, wenn man das einstellen möchte. Aber bis jetzt haben die Linux-Mitentwickler sich noch nicht dazu entschieden. Finde ich gar nicht so schlecht, weil beispielsweise, ich habe immer noch, äh, immer wieder Probleme mit, äh, Kunden, im Support, die Ubuntu nutzen. Ähm, weil da funktioniert die Fernwartung beispielsweise nicht über Wayland und andere Sachen. Und, äh, da brauchen wir dann schon nochmal das X-Protokoll. Ist ja immer noch, Gott sei Dank, standardmäßig mit dabei. Wenn es irgendwann nicht mehr standardmäßig mit dabei sein wird, dann schießt sich Ubuntu hier wieder ins eigene Bein. Mal schauen. Ja. Wäre nicht das erste Mal. Was meinst du? Äh, ist natürlich die Frage, äh, mit diesen verschiedenen Fernwartungstools, ähm, äh, also eigentlich theoretisch ist es ja möglich. Mit OBS kannst du ja mit Wayland einen Bildschirm abfilmen. Das funktioniert ja irgendwie. Von daher müssten diese Fernwartungstools ja auch irgendeine Möglichkeit, oder letztendlich dieselbe Möglichkeit ja auch implementieren können, damit es mit Wayland auch funktioniert. Aber, soweit ich's gesehen habe, gibt es aktuell keins, was mit Wayland zusammenspielt. Von daher. Ich glaube, das liegt auch an der Steuerung von Maus und Tastatur. Was eventuell, ja, genau. Also, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das nochmal zusätzlich ins Spiel kommt. Gehe ich von aus. Ja. Weil das ist ja auch über X gelaufen, oder läuft ja auch über X irgendwie, ne? Aber ich bin da auch nicht so weit drin, um da jetzt die Unterschiede genau aufzudröseln zwischen X-Org und Wayland. Nur, dass Wayland, ja, keine Server-Client-Beziehung mehr so richtig hat, wie jetzt das X-Protokoll. Das werde ich dann vermissen. Also, ähm, X-Forwarding über SSH. Ja. Das hat mir mitunter schon ein, zwei Mal das Leben gerettet, dass ich einfach eine Anwendung remote ausführen lassen konnte, aber lokal bei mir darstellen. Ich hoffe, dass es da irgendwo, ähm, eine, ja, Vergleichslösung für Wayland geben wird. So oft braucht man es zwar nicht, aber wenn man es mal braucht, dann ist es schön, wenn es das gibt. Also, selbst wenn du es nicht direkt verwendest, also, ich verwende relativ viel X2Go, das basiert ja auf dem X-Protokoll. Also, das ist quasi noch so eine Kompressions-Caging-Schicht dazwischen, die das Ganze deutlich flüssiger macht und weniger Bandbreite denn benötigt, um dieselben Inhalte zu übertragen. Ja. Auch XRDP, ne, also hier das Remote-Desktop-Protokoll kann man ja, also gibt es ein Paket, das heißt XRDP, dann kannst du halt deinen Linux-Rechner fernsteuern. Das ist auch noch das X-Server-Protokoll. Also, ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren nicht so einfach drum rumkommen, langfristig gesehen. Ja. Überlege gerade, XRDP nehme ich nicht. Ich nehme VNC überall da, wo es gibt. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, VNC braucht das auch noch X11? Auf jeden Fall das, was ich im Homelab nutze, das ist nämlich X11 VNC. Hm. Ich sehe da nur Probleme. Das wird schwierig. Ach, mal nebenbei im Chat wurde gefragt, ob du im Knast bist, John. Ich bin im Knast, ne, weil ich habe hier Windows vor mir und dann ist das ganz schlimm. Naja, hier haben sie nur Windows. Weil man auch im Knast Internet haben darf und, hm. Genau. Und so ein eisiges Windows 11, ne, da muss ich fast meinen Signature-Move mit der Kamera machen. Nein, mache ich nicht, ne. Also, warum? Ich habe so einen Regler, da kann ich richtig schön hier reinzoomen. Sorry. Sorry dafür. Jetzt ist es verewigt für alle Zeiten. Jetzt ist es verewigt, absolut. Ansonsten bin ich im Knast, genau. Nein, neben Feiertag bin ich, ne. Hier in Bayern ist ja Feiertag und von daher ist man dann in gewisser Weise unterwegs, ja. Ach so, ihr habt den Feiertag. Hm. Naja, hier richtig schön, ne. Kirche und so weiter. Mhm. Nehmen sie alle hier sehr ernst, ne. Ich inklusive. Ich nehme nur den Feiertag. Nein, aber. Ja, den gibt es gratis mit dazu. In der Tat, ja. Aber es ist ja nicht nur, ähm, Bayern. Das hat ja ein paar mehr Bundesländer, glaube ich, den Feiertag. Was ist, Frohnleichnam? Frohnleichnam haben wir heute, genau. Genau. Hm. Ich muss sagen, da bin ich raus, ne. Was das jetzt für eine Bedeutung hat. NRW hat auch Feiertag. NRW hat Feiertage, ein paar haben Feiertag, aber viele auch nicht. Also hier nur die, ich glaube, die sehr katholisch angehaucht sind. Oder ist Frohnleichnam evangelisch? Nee, müsste katholisch sein. Da müsste ich Wikipedia fragen. Hm. Hm, oder den Herr GPT. Herr GPT. Ich nenne den immer Herr GPT. Was ist der Herr GPT? Hm. Das kann man machen, wenn man das möchte. Ja, nee, ich bin mal in die Falle getappt. Es gibt auch ein Bundesland, das sich mal teuer einen exklusiven Feiertag erkauft hat. Und wenn man dann in diesem Bundesland Berufsschule hat in dieser Woche, dann wundert man sich, warum man morgen nicht in eine Berufsschule kommen soll. Als Nicht-Anwohner dieses Bundeslands. Ich war ja im fremden Bundesland immer in einer Berufsschule, muss ich dazu sagen. Ah, ärgerlich. Okay, ja gut. Ja, ja. Also als Ergänzung dazu, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Hm. 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 Achso. Das Fest hat seinen Ursprung im 13. Jahrhundert. Und wurde von der katholischen Kirche eingeführt. Ja, ja. Ach, da haben wir wieder was gelernt heute. Absolut, ne? Ja, Bildungsauftrag erfüllt. Ja, genau. Errückt. Ja. Einfach mal kurz im Chat. Hat Debian auch so eine ähnliche Druckererkennung wie Linux Mint? Ich glaub fast nicht, oder? Also Debian gibt dir ja eigentlich relativ wenig mit an der Hand. Dafür ist es aber, äh, funktioniert's gut, was da ist. Das kommt auf den Desktop an. Das kommt auf den Desktop an. Also das ist Desktop-Sache. Also jetzt der Cinnamon hat jetzt, äh, eigentlich kein Problem mit dem Drucker gehabt. Auch das Gnome von Debian habe ich auch nie Probleme gehabt. Das hat auch direkt sich so eingerichtet, wie man's kennt. Ähm, ich glaube, es kommt auf den Desktop an. Also ich glaub beim XFCE, da musst du schauen, dass du das richtige Drucker-Modul oder Drucker-Programm installiert hast. Also dieses, diese Druckereinstellung, die jeder von euch kennt, ne? Also ich denk, da muss ich jetzt hier nicht groß was erklären. Wenn das Programm installiert ist, dann funktioniert das eigentlich sehr einfach. Beispielsweise, was mich auch gewundert hat, ihr kennt ja vielleicht die Anmelde-Bildschirmeinstellungen unter Linux Mint, wo man den Anmelde-Bildschirm, also Light.DM konfigurieren kann. Ist am Ende auch ein ganz einfaches Debian-Paket, was man installieren kann und dann hat man das auch direkt. Also man muss sagen, man hat sehr, sehr, sehr viel Funktionalität, ähm, hinzugefügt, wenn man das ein oder andere Paket noch zusätzlich mit installiert hat, direkt aus den Debian-Repositories, ähm, morgen kommt da tatsächlich das entsprechende Video zu, ne? Wo ich genau das dann nochmal zeige. Wobei, was noch ein bisschen hakelig ist unter Debian, ist halt eben der NVIDIA-Treiber. Da musst du selber Hand anlegen. Beziehungsweise mal. Ja, also du musst, ich glaub, ein Repository hinzufügen und dann das installieren, glaube ich, oder aus den Backports oder sowas. Müsste ich selber nachschauen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, aber, ja, dann verbessere mich gerne. Also ich hab ja, ähm, ne, 3060 Mobile in dem einen Dings drin. Also es gibt ein Paket, was NVIDIA Detect, glaube ich, heißt. Das installierst du. Und dann sagt dir der, welche, welche Karte das ist. Und macht, glaube ich, sofort einen Vorschlag, welches Paket du dazu installieren sollst. Und da hab ich nicht irgendwie ein externes Repo oder sonst was eingebunden. Ich mein, das non-free brauchst du. Sorry, tut mir leid. Oder? Wenn du das non-free, also ich seh hier, NVIDIA Detect Script is in the non-free section. Und dann geht das aber relativ easy. Okay, äh, kann sein, dass ich das denn doch aktiviert hab. Dass es einfach in meinem Standardzeug mit drin ist. Aber du brauchst jetzt kein externes. Nein, das nicht, das nicht. Also es ist weiterhin durch, ähm, durch, durch Debian gepflegt. Also es gibt ja bei Ubuntu diese zusätzlichen Teile. Da hab ich eine Zeit lang wegen meiner AMD-Grafikkarte dann auch mitgelebt. Damit das Ding dann etwas besser ging. Und das wurde von irgendjemand anders gepflegt. Ja, nee, okay, gut, also man muss ein Spike hinzufügen, aber es ist trotzdem ein Debian-Projekt, ne? Genau, also es ist von Debian, dieses NVIDIA Detect kenne ich auch nur durch Debian, muss ich sagen. Sagt mir sonst auch nichts, ne? Ähm, werde ich eventuell auch nochmal ein extra Video machen, weil das hab ich in dem Video für morgen schön übersprungen, ja. Hm, Pleiten, Pech und Pannen mit der Installation von NVIDIA-Treibern. Hm, das ist, das ist unser Video, hm. Ich wollte nämlich sagen, weil diese, äh, Non-Free, ähm, Treiber sind zur Zeit ziemlich aktuell. Wenn ich das mal vergleiche mit Pop!OS, ich glaube, Moment, ich muss mal auf installiert gehen. Bei Pop!OS ist jetzt der aktuellste NVIDIA-Treiber die 525.100 5.17. Und ich glaube auch, exakt derselbe ist bei Debian 12 dabei. Das sieht so aus, absolut, genau. 525.105.17. Das ist wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Stark. Weil, und deswegen finde ich diesmal Debian 12 so interessant, das hat mich ganz schön ins Grübeln gebracht, ob ich nicht wirklich auf Debian 12 wechsle von Pop!OS weg. Hat einen ganz einfachen Grund. Erstens, weil sie aktueller denn je sind. Und ich weiß, dass alles mit dem, was dort jetzt drin ist, mit meiner Hardware funktioniert. Rein theoretisch. Hm. Und ich hab halt nicht mehr so eine Quatsch-Kapriolen drin mit dann doch mal ein paar, ähm, Software- oder Paketsprüngen, die nicht wirklich, äh, gut durchgetestet sind. Weil ich hatte ja ein-, zweimal echt zu kämpfen mit meinem Ton. Und also gerade, äh, Dienstag, wo ich dann meinen normalen Stream hatte, ähm, hat mir Pop!OS, obwohl sie immer Gutes für mich getan haben, ähm, mit einem, da sind wir wieder bei, äh, Pipewire. Mit einem Pipewire, ähm, Update mein Mikrofon durcheinander gebracht. Und ich hab mich gewundert und, ähm, ganz Weile suchen müssen. Fand ich da nicht so cool. Und eben solche Kapriolen hätte ich ganz gerne damit, ähm, so ein bisschen, ja, außen, außen vorgegangen oder außen vorgehen wollen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, bin ja auf Debian notgedrungen gewechselt, sozusagen. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass das am Ende so rund und gut läuft. Also ich muss sagen, ich kann's dir nur empfehlen, mal auszuprobieren. Also das hat mich selber sehr überrascht, tatsächlich, wie, ja, problemlos das am Ende ging. Natürlich, du brauchst ein bisschen Erfahrung am Anfang, ähm, aber nachdem, danach hast du wirklich null Probleme. Ich fahr das Ding jetzt täglich quasi und nie irgendeinen Aussetzer gehabt in der Hinsicht. Jetzt groß, ne, außer der Desktop mal kurz am Anfang, als die neue Cinnamon-Version rauskam, aber das hat sich jetzt auch gelegt. Und jetzt ist es ja wirklich stable, muss man sagen. Ich hatte es ja noch im Testing-Bereich und das konntest du da auch schon eigentlich ziemlich verlässlich nutzen. Also hat mich sehr schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also von daher mein, mein Gedanke dazu, go for it, probier's aus. Wenn du nicht den Cosmic-Desktop vermissen möchtest. Denn noch ist er ja nicht da. Das, das ist übrigens das nächste Ding, was so ein bisschen in das Gedankenspiel rein, ähm, beriftet. Hop-OS hat jetzt einen älteren Desktop als Devian. Das muss man sich mal, ähm, ja, so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Plus eben weiß ich nicht, was später ist mit, ähm, dem Cosmic-Desktop. Ob dann noch alles so geht, wie es wollte? Ich hatte das, glaube ich, schon mal so nebenbei mit Hauke mal so ein bisschen privat besprochen. Ähm, ich hab mir schon Alternativen gesucht, die ich sonst vermissen würde als Gnome-Extensions oder Plug-ins. Ähm, da gibt's andere schöne Sachen, die wirklich gut oder sogar besser funktionieren. Also sprich, das Programm, was ich benutze, um auf dem Desktop zu zeichnen. Da gibt's eine deutlich schöne Variante, die universal einsatzbar ist auf Python-Basis. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn sich da mal jemand für interessiert. Ähm, wo wollte ich hin? Ja, wegen dem Desktop von, von, ähm, PopOS, ähm, und, und Devian. Ich werd vermutlich dann wieder zu Devian 12 mit Xfce-Desktop wechseln, weil auch diese ganze Gnome-Geschichte mit GTK 3 und GTK 4 und das alles noch nicht so, ähm, konsequent oder konsistent bis ins Letzte durchgezogen, macht mir an manchen Ecken keinen Spaß. Gerade bei, und jetzt springen wir wieder zur nächsten Distribution, Manjaro, ähm, was ich auf meinem kleinen Arbeitsrechner habe. Da ist das ja richtig, also, bescheiden implementiert, wär, wär schon, äh, geschmeichelt. Da gibt's einfach Anwendungen, die ignorieren deine, deine Einstellungen einfach komplett. Da kannst du nur sagen, global hell oder dunkel, und dann kannst du noch mal im Tweak-Tool sagen, das Thema, aber, äh, wenn das irgendwie GTK 4 ist, dann ignoriert er das komplett. Das ist, also, weiß ich nicht. Also, ja, doch lieber Good Old Xfce, da weiß man, was man hat. Sieht zwar nicht toll aus, kann man sich aber ganz hübsch machen, mit ein bisschen, ähm, 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 ja, Ellbogenfett und, und, und Gehirnschmalz, und dann geht das. Ich muss sagen, Xfce ist ein toller Desktop, keine Frage, aber ich könnte ihn nicht täglich als Produktiv-Desktop einsetzen, weil so zwei, drei Features halt essentiell für mich fehlen, ähm, in diesem Xfce-Desktop. Das eine ist so diese Fensterübersicht. Gibt's zwar so eine Erweiterung, die das so halbwegs okay macht, bin ich aber nicht so zufrieden gewesen, und ansonsten, so, du merkst es schon an manchen Ecken, dass du, ja, dass der Desktop ein bisschen traditioneller ausgerichtet ist. Wenn du dich damit einfinden kannst, machst, also für mich persönlich, hab ich auch mal probiert, ähm, langfristig, ich bin da nicht so produktiv, muss ich sagen. Wobei, ganz klar, der Tuner hat jetzt eine Zwei-Listen-Ansicht. Na, das ist schon nochmal ein großer Vorteil, im Gegensatz zu GNOME, ne, was die ja immer noch nicht haben. Hat der Midnight Commander seit Anfang an, also, ist, ja. Na, wenn du den, wenn du den Midnight Commander nutzt, dann ist es ja sowieso egal, ähm, aber das, äh, fand ich auf jeden Fall stark. Ja, also, ah, mein Gott. Ja, also, das sind jetzt so Sachen, ähm, mit so einer aktiven Ecke so eine Übersicht über alle geöffneten Programme, oder was fehlt dir da? Genau, genau das, ne? Also, so eine aktive Ecke, wo du alle Programme siehst, ähm, das Menü geht eigentlich, ne? Und ich hab jetzt viel durch mein Linux-Assistent nachgebaut, wodurch, glaub ich, XFC auch wieder ganz passabel sein sollte, ne? Ja, aber gut, jetzt hab ich mich mit Cinnamon gewöhnt und weil ich's ja manchmal auch im Touch-Bereich noch ein bisschen nutze, das, ähm, ist eigentlich dann auch gar nicht so schlecht. Also, aber gut, ich glaub, es ist am Ende auch viel Gewöhnungssache, ganz klar. Was mir aber bei XFC ganz klar fehlt, ist die Online-Anbindung, dass du deine Nextcloud nicht richtig einfügen kannst, ähm, dass du deine Kalender und so weiter nicht direkt mit drin hast. Dafür brauchst du dann halt wieder einen Gnome-Kalender, Gnome-Online-Accounts und so weiter, dass es halbwegs gut funktioniert. Ähm, und das hast du zum Beispiel in Cinnamon, was ich ja dann nutze, dann schon direkt mit drin. Das fehlt mir unter XFCE ganz klar. Da sind sie, da sind sie noch sehr traditionell, da musst du wirklich, ähm, händisch noch viel selber machen. Also, traditionell im Sinne von, da wirst du nicht abgeholt, das, das ist leider bei XFCE so. XFCE ist mächtig, aber auch mächtig überfordern zum Anfang. Gerade, was du so als, in Anführungszeichen, Standard-Benutzer-Erlebnis, wo wir doch wieder bei dem Wort von gestern sind, Hauke. Das ist ein Benutzer-Erlebnis. Das ist ein Benutzer-Erlebnis. Das ist, äh, ja, ja, ist da nicht so berauschend. Also, muss ich schon zugeben, also, ein, 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 ein standardmäßig ausgeliefertes XFCE ist einfach so, Kann ich noch nicht mal kommentieren. Das ist, das D in XFCE steht für Design. Ja. Oder Extreme. Oder das. Das X in XFCE ist Extreme. Ich weiß zwar nicht was, aber es ist, es ist extrem, es ist extrem flexibel, aber, ja, Standard sieht das aus wie, boah, nee. Man merkt, es ist, äh, aus Unix-Zeiten, das, das ist wirklich so. Das ist klar, verstehe mich nicht falsch. Ich finde XFCE ein klasse Desktop auf ganz, ganz vielen Ebenen. Für mich alltäglich, ich glaub, wär's nix. Aber ich glaub, das ist auch wieder für jeden natürlich anders zu werten. Also, jetzt hat ja jemand, Mr. Mr. war das, glaub ich, reingeschrieben, er nutzt es gerade. Ja, cool. Also, kann ich, kann ich nur empfehlen, für die Streaming-Rechner, für die Toxtage, haben wir tatsächlich auch einen Linux Mint XFCE dann genommen, weil wir uns gesagt haben, ja, wir brauchen den anderen Mr. eigentlich gar nicht, jetzt genau für das Streaming, ne? Ganz klar. Und, und neben den Desktops hat, hat ja Debian eh, ähm, eine komplette Systempflege wieder hingelegt. Also, vom Unterbau, also, 6.1er LTS-Körnel hat man ja schon erwähnt. Und, äh, 11 oder über 11.000 Pakete sind jetzt wieder in den Repos. Und ich glaube, davon sind über 60 oder 65 Prozent sogar aktualisiert worden. Ein paar sind wieder rausgeflogen, weil sie deprecated waren. Aber über 60 Prozent Aktualisierung ist schon ordentlich. Ist zwar jetzt nicht vergleichbar mit einem, mit einem Arch oder Rolling Release, das ist klar, aber für den betriebsfertigen Einsatz auf Produktivsystemen, was nun mal immer noch, ähm, für mich der Haupteinsatzzweck von einem Debian ist, ist das schon mal eine absolut solide Hausnummer. Also, und es wird garantiert wieder Basis von vielen, vielen, vielen guten, soliden Projekten und Distributionen sein. Ganz klar. Also, ich muss sagen, äh, Debian 12 entwickelt sich hier echt, ja, wirklich richtig, richtig gut. Also, wirklich Zucker, ne, was du da an den, ähm, auch an den Server-Versionen im Hintergrund hast, ne. Also, du hast PHP direkt in 8.2 direkt mit drin, topaktuell. Vim in der Version 9.0 beispielsweise, ähm, Python in der Version 3.11.2 oder so, ne. Ganz abgesehen von GIMP, LibreOffice und so weiter. Das ist wirklich alles topaktuell natürlich gerade. Aber trotzdem, das ist, ne, ich sag mal noch, topaktuell ist in der Regel, ähm, wenn das Debian schon rauskommt. Das, äh, ja, war ich glaub früher nicht immer so. Von daher haben sie da schon ganz gute Arbeit geleistet. Und ich denke, Debian wird auch immer populärer in gewisser Weise. Beziehungsweise, sie haben die Weichen dazu gestellt jetzt, ähm, bezüglich der Hardware-Unterstützung auch nochmal. Und macht so ein Ubuntu, was sich ja immer weiter weg bewegt, ähm, aber trotzdem ja irgendwie noch so ein bisschen basisch sein will, würde ich jedenfalls so einschätzen. Ähm, ja, die laufen da den, vielleicht langfristig, ein bisschen mehr die Ränge ab, weil mit dem Snap und so weiter, Ubuntu, hab ich letztens auch, ähm, auf Twitter und Mastodon geschrieben, ähm, ist teilweise furchtbar, dass du im, ähm, im Firefox, in Ubuntu keine Dateien hochladen kannst oder auswählen kannst, äh, die auf entfernten Laufwerken gehen. Egal welche, mit welcher Version kriegst du nicht hin. Jedenfalls nicht gescheit. Und das ist, ähm, ein Armutszeugnis, ne, was eigentlich jedes andere System kann. Und, äh, solche Sachen, die enttäuschen mich sehr in Ubuntu. Und da, glaube ich, ähm, ja, bleibt Debian doch eher seinem Weg treu, so, ähm, so wenig wie möglich zu verändern, aber dennoch so beispielsweise doch so einen großen Schritt für Debian vor allen Dingen zu gehen, dass sie sich in gewisser Weise der, ähm, unfreien Firmware dann öffnen. Zum Teil, dass es einfach benutzbarer wird. Und das, muss ich sagen, finde ich eigentlich einen ganz guten Mittelweg, den die da gehen. Ähm, wobei es dies mit der unfreien Firmware ja vorher auch schon gegeben hat. Also, es gab wohl immer irgendwo so ein gut verstecktes Alternativ-ISO. Äh, bloß die haben das jetzt zum Standard erhoben, dass es da mit drin ist. Von daher denke ich mal, dass das einfach für Leute, die solche Hardware haben, noch mal deutlich einfacher ist, das einfach zu finden. Es funktioniert dann häufiger sofort. Und, äh, das senkt die Frustschwelle. Also, von daher ist das gut. Und ich hab gerade mal bei DistroWatch geguckt. Äh, Debian ist jetzt auf Platz 8, äh, vorgerückt. Ähm, und, äh, auf Platz 7 ist Ubuntu. Also, von daher Platz 8 ist jetzt ja gar nicht so schlecht. Mint ist auf Platz 3. Die Frage ist natürlich, wie, äh, ja, wie aussagekräftig das Ganze ist. Aber, ja, also für so eine Distribution, die eigentlich eher so eine Basis darstellt, die nicht unbedingt, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, nicht unbedingt so den Standard-Endnutzer im Fokus hat, würde ich sagen, ist das eigentlich ganz ordentlich, ne? Ja, bravo. Ja, doch. Ist, ist definitiv, äh, beachtlich. Ganz klar. Das macht auch die 12er-Version, ich denke mal, jetzt auch so interessant, weil man muss ja auch mal, ähm, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, ganz oder halb YouTube, YouTube-Deutschland, also ich rede jetzt hier von unserer Open-Source-Bubble, äh, tun ja schon seit, seit Wochen, ähm, Debian 12 abfeilen, aber auch, aber auch auf internationaler Ebene, merkst du, dass irgendwie das Interesse an genau Debian 12 im Vergleich zu allen anderen, äh, Versionen deutlich gewachsen ist. Und ich denke mal, das ist aufgrund dieser Entwicklung. Erstens, sie, sie wollen wieder ihren, ihre, ihren klaren Weg, dass gut getestete und absolut stabile Software dort reinkommt, gepaart mit. Die haben wirklich, ähm, äh, am Finger gezogen und wirklich aktuellste, also aktuellste, oder für Debian-Verhältnisse, aktuellsteste, aktuellsteste? Äh, die aktuellsten, das würde ich mich fast überschlagen. Egal. Die aktuellsten, ähm, Pakete, wie es ihnen möglich war, reingenommen. Ähm, und das macht's, denke ich mal, so spannend. Weil Debian 12, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte wieder, obwohl sie ja immer sagen, die sind das universelle Betriebssystem, eine Debian-Version für den Desktop sein. Gerade eben, weil sie relativ aktuell sind. Ich weiß nämlich, warum Debian 11 bei mir nicht funktioniert hat. Ich hab das schon mit Debian 11 ausprobiert. Das Problem war aber, bei Debian 11 war der Kernel zu alt für den Heroic-Launcher und für ein, zwei Wine-Geschichten, ähm, brauchte der dort im Kernel ein Kernel-Modul, was es einfach nicht gab für diesen Kernel. Und dann kann man natürlich jetzt seinen eigenen Kernel nach, äh, installieren. Dann hat man wieder Probleme mit den Treibern und hajiho, hatte ich gar keine Lust drauf. Absolut nachvollziehbar. Ja, ganz klar. Also, ich bin sehr gespannt, wie das ankommt und ob Debian da nicht noch mal so ein komplett neues Revival erlebt. Ich muss sagen, also ist leider ein ganz anderes Thema, so ein bisschen wie mit OpenSUSE und Micro-OS und so weiter und im Tumbleweed und so. Die mausern sich ja auch wieder in den letzten Jahren sehr, finde ich, oder in den letzten Monaten vor allem. Das ist aber vielleicht noch mal ein Thema für einen weiteren Podcast. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird und bin auch mal auf das Feedback natürlich aus hier unseren Communities dann sehr gespannt, ne, wie die das so sehen. Ja. Tumbleweed habe ich mir sogar vor zwei Wochen mal in meinem, nee, letzte Woche in meinem Stream, letzte Woche in meinem Stream mal angeguckt. Ich war überrascht, äh, wie OpenSUSE, doch eigentlich sogar einsteigerfreundlich geworden ist. Also du kriegst ja fast alles mit, mit, mit grafischen Mitteln hin. Also. Hm. Wobei, ja. Wobei, also ich hab einen, ähm, einen Kollegen von mir, der nutzt sehr, sehr viel OpenSUSE und der meint, ja, wenn du mal ein bisschen genau unter die Haube schaust, dann hast du da noch deine OpenSUSE-Probleme sozusagen. Ähm, aber im Gegensatz zu Leap macht Tumbleweed meiner Ansicht nach viel mehr, oder ist viel attraktiver, ganz einfach, ne, weil die Software erstens nicht uralt ist, äh, zweitens noch stabil ist das Ganze und, ähm, am Ende doch sehr, sehr, sehr viel direkt out of the box funktioniert. Das stimmt. Mhm. Der Skabler fragt bei mir im Chat, ob Debian inzwischen die richtigen Butterfs-Subvolumes, ähm, erstellt beim Installieren. Werden wir uns im Anschluss angucken? Ich glaub's nicht. Sonst wär's ja nicht das universelle Betriebssystem. Hätt ich jetzt auch gedacht, aber... Ich glaub auch nicht. Ich glaub, Debian konzentriert sich nicht auf Butterfs, ne? Also, langsam fang ich mir hier wirklich an, einen, in, 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 einen Besenstiel hinzustellen, wo ich eine Kerbe reinhaue. Da hat der Wolfer schon wieder 20 Cent in die Kasse geschmissen. Was hat er denn geschrieben? OpenSUSE ist nix für Jean. Oh. Oh. Jetzt seh ich's auch, ja. Ei, 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 ei. Sehr stark, sehr stark. Er findet aber auch immer was. Ja. Aber immer. Ich find's cool. Ja, das war ne lustige Sendung, ne? Mit dem nix. Also, wir werden's mal ausprobiert haben, ne? Ist einfach zum Meme geworden, ne? Ja. Das haben die extra gemacht. Ich glaub auch. Dann spricht man da drüber, auch außerhalb und der wunderbaren Blase. Apropos Meme, kann ich mal was ausprobieren, wo wir doch gerade alle so zahlreich da sind. Ich habe letztens, es geht jetzt an meinen Twitch-Chat, ich habe letztens bei Michel Franken auf der Twitter-Umfrage, was ist für euch die schlechteste Linux-Distribution, geantwortet. Schreibt mal rein, was ich geantwortet habe. Ihr müsstet das wissen. Wie ist die? Ne, bis die Antwort kommt, ist immer was anderes. Es ist halt, es ist inzwischen der Running-Gag. Also, es kann mir keiner zählen. Also, die machen da keine Qualitätskontrolle. Ja. Ne, also... Ja, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Das ist doch gemein, aber ja. Sorry, 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 sorry. Oder Hannah Montana Linux? Ne, ne, es war wirklich Garuda. Ich habe kommentarlos Garuda Linux reingeschrieben. Wisst ihr auch warum? Ich habe mir mal letztens, weil ich mich mal mit diesen Tiling-Window-Managern beschäftigen wollte, Garuda macht zig Varianten neben ihrer Hauptdistribution auch zu diesen Tiling-Window-Managern. Ich habe von den dreien, die ich mir runtergeladen habe, eine halbe zum Laufen bekommen. Also, nicht einmal die ISO bootet. Okay. Wie, egal. Also, da kommt nicht mal so ein Bootloader oder so. Doch, doch. Gibt es das nicht? Ach, das doch. Dann siehst du irgendwie was durchflitzt und dann ist es vorbei. Das ist einfach alles weg. Und egal, welche Einstellung du machst, ob du eine Hardware-Beschleunigung anhast oder nicht, oder es ist eine mittelschwere Katastrophe. Das stimmt. Wobei, ich habe ja meinen Adventskalender gemacht. Also, ich glaube, ich mache sowas in der Hinsicht nochmal dieses Jahr. Aber ich glaube, mich hat Sparky Linux sehr, sehr enttäuscht. Also, so richtig durchgefallen. Ich meine, es war Sparky Linux oder es war was anderes. Ich schaue mal, ob ich das wieder finde. Hat jedenfalls auch jemand dann unter Michelfrankens Tweet dann runtergeschrieben. Das könnte so ziemlich mit Garuda mithalten. Da müsste man nochmal so ein Wettrennen ausmachen. Also, weil die, da hat auch nichts funktioniert. War das, nee, ich glaube, das war nicht Sparky. Nee, Sparky, glaube ich. Light OS. Light OS hieß es, glaube ich. Light, Linux Light oder sowas. Linux Light könnte sein. Weil Sparky Linux ist eigentlich Debian, nur eben mit standardmäßig BTFS und Snapper installiert. Nee, ich glaube, Sparky war es nicht. Stimmt. Nee, ich schaue mal. Ich glaube, es ist ein Video von dir und der Titel dazu klingt eigentlich relativ positiv. Ein stabiles, einfaches Debian. Sparky Linux vorgestellt. Das klingt irgendwie nach dir. Nee, das wird es nicht sein. War es nicht das? Nee, nee. Oder? Lass mich mal schauen. Ja, das ist von dir. Mhm. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Da gibt's bestimmt Video zu. Das heißt dann sowas wie das schlechteste Linux, was ihr jemals hattet oder so, oder? Ich glaube, ich war schon sehr enttäuscht am Anfang. Antics. Nee, das war auch gut. Jedenfalls laut Titel war das gut. Sparky Linux. Genau, Linux FX. Das war auch ein Kandidat, wo ich mich gefragt hab. Eigentlich ist es cool, aber es ist halt einfach nicht open source am Ende. Das war nicht so lustig. Linux Lite. Genau, Linux Lite durchgefallen. Meine größte Enttäuschung bis jetzt. Ich könnte das bis jetzt einfach wegstreichen. Weil Garuda Linux war schon davor, ja. Tu dir mal den Spaß an und tu mal von Garuda Linux diese ganzen Nebeneditionen durchprobieren. Oh, nicht. Mir hat die Hauptedition gereicht, ja. Sorry. Also, die hat bei mir eine Woche gut funktioniert und danach hat die sich selber kaputt geupdatet. Dann ging gar nichts mehr. Stark, stark, stark. Hm, nicht schlecht. Und der Witz war ja sogar gewesen, in meinem Test hab ich das ja auf einer zweiten SSD auf meiner echten Hardware, ich hab ja dann diesen Vergleichstest gemacht, weil Garuda Linux sagen ja, mit dieser Dragonized-Version sind die das Gaming-Linux. Hab da ein paar Benchmarks laufen lassen, dann im Vergleich zu Pop-OS. Und ich möchte nicht immer renten oder haten, aber die Ergebnisse haben für sich gesprochen. Die waren so vernichten für Garuda Linux, also in Dritteleistung weniger als Pop-OS zum Beispiel. Wo ich mir denke, schwierig. Hast du rausgekriegt, woran es gelegen hat? An Garuda. Weiß ich nicht. Ja gut, aber irgendwie noch so eine einzelne Komponente zu alten Treiber oder irgendwas? Nee, also da hab ich wirklich akribisch drauf geachtet, dass ich zumindest dasselbe habe, wenn ich sogar auf Garuda neuere, weil das ist ja eigentlich ein Arch-Unterbau. Da hast du eigentlich Zugang zu deutlich Neueren. Aber ich war fair und habe dieselben Invidia-Treiber genommen. Hm. Also von daher, ähm, es hat mich da nicht vom Hocker gehauen. Die Ergebnisse waren ein bisschen, ja, vernichtend, nennen wir es so, wie es ist. Und wie gesagt, nach einer Woche Update, da hat er gesagt, kann ich nicht. Weil, sag ich nicht. Jetzt ist aber auch mal gut mit Updaten hier hinter. Also, nee. Nee. Da sind Abhängigkeiten, die ich nicht installieren kann. Dann hat die Chantal gesagt, dass der Kevin blöd ist und dann war ich vorbei. Also das hat sich, wie gesagt, kaputt geupdatet. Hatte ich auch so in der Form noch nicht. Dann habe ich sie lassen. Und dann, wie gesagt, also mein letztes Abenteuer mit Garuda Linux war eben Garuda Linux i3-Version. Habe ich kein Bild gesehen. Sway-Variante habe ich kein Bild gesehen oder kein Desktop. Q-Teil-Version habe ich sogar installiert bekommen. Wenn man richtig masochistisch veranlagt ist, kriegt man den Trick auch raus und danach kann man es auch nach der Installation nicht bedienen. Das ist so nett. Ach so, sogar nicht bedienen. Das ist doch nicht schlecht. Der Witz war gewesen, die Q-Teil-Version bringt dir ein Bild, kann es aber nicht aktualisieren. Bedeutet, du musst mit einer Maus, die du nicht siehst, immer oben auf diese Taskleiste klicken, damit dein Fenster minimiert wird und wieder maximiert wird. Dann siehst du die Veränderung und dann gehst du weiter. Nee, die Maus siehst du sogar, aber du siehst ja nicht die Veränderung, die du machst. Und dann soll ich so ein Installer kämpfen, jedes Mal, damit du dann dein Land auswählen kannst. Klick, Klick. Namen eingeben. Klick, Klick. Hat er geschrieben. Weiß ich nicht. Also, ich müsste mal so einen Spaßabend machen. Wobei, nee, das wäre auch gemein, das sollte man nicht machen. Deswegen mache ich das auch nicht im Stream oder ähnliches. Ich erzähle immer nur von meinen Erfahrungen. Das möchte ich dann auch so ein Projekt nicht, die Basis möchte ich dann nicht geben. Ich sage halt nur, ich habe ziemlich interessante Negativerfahrungen mit dieser Distribution gemacht. Und bis jetzt konnte das jeder bestätigen, mit dem ich so geredet habe. Vielleicht bessert es sich. Garuda wird beobachtet. Steht auf meiner Liste. Nee, Quatsch. Aber ich fand es halt mal wieder ganz interessant und lustig. Nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar. Ja, gut. Stark. Oder Garuda Linux das nächste Mal bei GnuVC. Oh ja, oh ja, oh ja, mit Hannah Montana Flauschthema. Ja. Ich freue mich, ich freue mich. Von den Farben her, es ist ja schon so ein, der bunte Süßigkeitenladen. Also von daher würde das schon thematisch so halbwegs passen. Das ist so ein, so ein Candy Neon Gamer Albtraum. Also der Desktop ist schon, also den muss man mögen. Ja. Zumindest von dieser Dragonized Version. Also das ist. Dann noch ein paar flackernde RGB LEDs im Hintergrund. Dann ist richtig Stimmung. Mhm. Das auf jeden Fall. Da lobe ich mir doch lieber ein Debian. Die machen wenigstens keinen Quatsch. Beziehungsweise die machen, um jetzt mal wieder die Brücke so zurückzuschlagen, das was Garuda vermutlich zu wenig macht, nämlich Testen und Qualitätskontrolle, macht ja das Debian-Team, also was ist denn besser als vorbildlich? Gibt's was Besseres als vorbildlich? Also mit Sternchen. Gute Frage. Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet mit Sternchen. Smiley unter die Hausaufgabe und so in die Richtung. Nee, ganz klar. Und Debian lässt dafür die Desktops aber halt komplett unverändert. Also so das Cinnamon, das sieht so schrecklich aus am Anfang, finde ich. Oder auch das XFCE. Also kann man ja schnell dann hinbekommen, aber ist fies. Es ist ein sehr nüchternes Benutzererlebnis. Sehr ernüchtert am Anfang, ja. Also sowohl Gnome, KDE, ist das die einzige Desktop-Umgebung, die wirklich okayig aussieht? Das habe ich letztens mal getestet unter, war es unter Debian? Ja, unter Debian. Die ist okay, ich. XFC, gut, da hatten wir schon. LXDE, LXQT, Cinnamon, Marta habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr ausprobiert. Aber ich denke mal so, das Standardbenutzererlebnis ist eher so meh. Ja, ist erst mal am Anfang schwieriger. Ich würde mich jetzt langsam ausklinken tatsächlich, außer wir haben noch mal so richtig coole Sachen. Also wir wären nie zum Punkt gekommen, oder? Genau. Also eigentlich merkt man ja, Debian ist so positiv unspektakulär. Da muss man gar nicht so viel zu sagen. Also wie ich meine, hier mit Rohrzange und so, das läuft. Das ist so, von daher sind wir ja dieses Mal auch relativ schnell zu anderen Distributionen abgeglitten. Also von daher probiert es einfach mal aus. Oder wenn ihr es nicht ausprobieren wollt, könnt ihr bei mir ein paar Videos angucken. Wo ich mich stundenlang durch Desktops durchklicke, mir wirklich die Einstellungen da angucke, Dinge erkenne, die ich niemals wahrgenommen habe oder die ich niemals benutzt habe. Das war eine Menge Arbeit. Das ist da auch alles drin. Und ansonsten einfach mal ausprobieren. Du hast, ich glaube, nur den Desktop angeguckt, wa? Also via dem Standardbenutzererlebnis. Das wird unser neues Ding hier, Benutzererlebnis. Ja, das Benutzererlebnis. Also das ist bei KDE, XFCE und irgendwas anderes hatte ich auch noch drin. Was es für Einstellmöglichkeiten ergibt. Du kannst jedes kleine Stückchen dort anpassen. Und wo ich mir denke, wer braucht diese Option an vielen Stellen? Es ist schön, dass es die gibt. Also es gibt bestimmt diese Sonderfälle, wo 0,05 Prozent oder so der Benutzer das wirklich brauchen könnten. Und diese Optionen sind da alle drin. Ja, und das fällt bei Debian 12 alles so aus der Tüte. Man kann da Stunden verbringen, wenn man das umkonfigurieren möchte. Und aus der Tüte fällt es erst mal relativ langweilig. Aber man kann es auch schnell ändern, wenn man es möchte. Ja, aber du hattest es ja, glaube ich, nur angeguckt. Du hast es nicht verändert. Weil darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil XFCE hatte ich mir auch mal angeguckt und sogar verändert. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob es noch in der Zeit war, wo ich nur auf Twitch gestreamt habe. Weil dann ist es nicht für lange Zeit konserviert. Oder ist es sogar noch, oder schon bei YouTube irgendwo. Kann ich leider nicht sagen. Aber ich habe es mal ein bisschen schöner gemacht. Beziehungsweise für mich angenehmer. Ein paar Kniffe gezeigt, was bei XFCE eigentlich Standard dabei ist, aber einfach nicht eingerichtet ist. Was auch Quatsch ist. Also dieses Standard XFCE Terminal hat einen Dropdown-Modus. Du hast einen Dropdown-Terminal zum Beispiel. Du legst das auf eine Taste. Zack, Dropdown-Terminal. Machst deine zwei, drei Eingaben. Machst das wieder weg. Fertig. Muss man sich sonst immer überall anders ein bisschen nachinstallieren? Ist bei XFCE dabei? Das weiß nur keiner. Das stimmt. Das stimmt. Das ist manchmal so witzig. C schreibt noch, und am Dienstag folgt dann ein Review-Stream zu Bookworm? Fragezeichen. Das geht, glaube ich, eher in eure beide Richtungen. Am Dienstag streame ich nichts, was technisch ist. Stimmt. Dienstag ist ja so dein Gaming-Abend. Das ist eine gute Idee. Ich weiß es nicht, bin ich ehrlich. Schauen wir mal. Ich habe ja schon relativ viel damit gemacht. Du willst ja am Freitag, sagtest du, auch noch was rausbringen? Wie ist das? Wahrscheinlich sogar am Samstag, wenn es rauskommt, weil Freitag macht es wenig Sinn. Mir ist mir so eingefallen. So hier, ich probiere das schon mal aus und ihr könnt es erst mal gar nicht selber ausprobieren, sondern müsst noch einen Tag warten. Ist ja blöd. Ich glaube, deswegen kommt es dieses Mal erst am Samstag raus. Könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, wann es veröffentlicht wird. Mal schauen. Aber genau, da kommt was raus nochmal. Und eigentlich sind wir da schon fast Debian übersättigt. Fast aktuell. Irgendwie so. Je nachdem, wenn es noch coole Sachen gibt, dann machen wir die gerne nochmal. Das ist ganz klar. Oder wir könnten uns ganz außergewöhnliche Debian-Editionen oder Desktops anschauen, aber das fühle ich gerade nicht so, bin ich ehrlich. Außer jemand von euch hat dann eine coole Idee, dann gerne. Ganz klar. Müssen wir da mal gucken. Da muss ich jetzt auch nix, oder? Gibt es da irgendwie was, was man jetzt... Nix. Sorry. Ja, nix. Da gibt es nix, was man nix kennt, äh, noch nix kennt. Ja, genau. Genau, genau. Ja, es ist halt herrlich unspektakulär, das Ganze. Also es ist so, wie man es eigentlich erwartet. In der Tat. Wir könnten natürlich unsere Erfolgsserie weitermachen, womit unsere Livestream-Serie gestartet hat, eine eigene Distro bauen. Stimmt. Das hatten wir ja sowieso nochmal vor. Das Pre-Seed, was wir... Hm. Also nicht diese Woche, sondern die Woche davor angefangen haben und... Mal gucken, ob wir das denn zusammenstellen können. Das ist ja auch auf Basis von Debian 12. Das wäre doch mal irgendwie ein bisschen was anderes im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich gefühlt tausend andere Leute auch machen, weltweit bei YouTube, Twitch oder sonst irgendwas, wo man sowas halt vorstellt. Das stimmt, ja. Das stimmt, in der Tat, ne? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, dann bin ich durch für heute. Ja, ich wollte gerade sagen, wo wir doch so übersättigt jetzt inzwischen mit Debian sind. Sagen wir noch kurz, wo es uns überall was gibt. Quasi unser Werbeblock am Ende. Also Marketing-Strategisch werden wir jetzt alle rausgeflogen. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja auch in unserer Firma alles die Piraten aus der A-Quise. Also von daher ist das alles anders. A-Quise, ja. Da müssen wir auch nochmal... Das müssen wir auf T-Shirts bringen. T-Shirts von uns jeweils im Piraten-Outfit. Wir machen A-Quise. Mit absolut unnötigen Zooms. Ah. Ja. Und wir müssen noch Augenklappen vorbereiten. Ja. In der Tat. Und Papagei. Also, wie geht's nicht? Statt Papagei, Papagei macht man nicht. Dafür macht man einen Tux. Stimmt. Da könnte ich sogar hier... Habe ich einen Griff bereit? So. Nicht bewegen. Das ist cool. Er hält sich schlecht fest. Eingebend nicht. Okay, also... Arrgh. Je nachdem. Man kann den ja auch von unten kontern dann durchs T-Shirt, oder? Das würde auch gehen. Das ist eigentlich so ein Anti-Stress-Tux. Mhm. Oder den man so richtig schön... Ja, genau. Ja, genau so, genau. Und auch viel kräftiger. So, haha. Die, 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 die... Das ist eher so... Garuda, Garuda, Garuda. Sehr gut, sehr gut. Das hört sich auch richtig schön schlecht an. Wobei, Garuda hört sich auch so ein bisschen an wie die alte Hupe von den Voltens, oder? Garuda. Nee, ey, jetzt hören wir mal auf. Das macht man nicht. Ab und vor aufhören. Wer weiterhin schlechte Garuda-Witze hören möchte, kann gerne bei Twitch.tv, äh, Saint of Sinner, da bin ich unterwegs, ähm, gerne dabei bleiben. Im Anschluss mache ich noch eine Debian 12-Installation mit Butterfest-Subvolumes für Timeshift optimiert, oder optimiert ist Quatsch, ähm, optimiert, äh, welches Wort suche ich gerade für Timeshift? Ähm, ich weiß gar nicht, welches Wort du meinst. Ja, also nicht optimiert, sondern für Timeshift angepasst. Ja, für Timeshift halt. Ja, genau, also, ja. Die, die, äh, Subvolumes braucht, oder damit Timeshift funktioniert. So, ansonsten, äh, bei, ach, das ist schon wieder spiegelverkehrt hier alles. Das funktioniert jetzt gar nicht. Hä? Ah, da sitzt, ah, da sitzt Hauke, äh, bei, bei, nicht der Weisheit letzter Schluss, bei Hauke dann, äh, nicht vergessen. Mal gucken. Abo, Follow da lassen. Genau. Äh, Jean-Linux-Guides. Linux-Guides.de oder YouTube, Twitch, überall, wo es genau irgendwas gibt, ist Linux-Guides sicher auch dabei. Nicht zu vergessen, wir haben noch einen Tux-Tagen-Kanal, äh, wo der Podcast quasi entstanden ist, ähm, den gibt's auch noch. Und uns gibt's dann, äh, ohne, ohne Vision quasi nur, äh, Audio bei Spotify. Und nicht, wie ich immer dachte, bei, bei dem von, von Apple, weil, die mag ich nicht, die sind mir zu doof. Hm, na, voll sicher. Also, also, ich muss da irgendwie eine Zahlmethode angeben, um etwas veröffentlichen zu, äh, das war mir dann zu doof. Also, und es gibt's dann auch bei Spotify statt, statt auf Apple Podcast. Auf dem iPhone, hab ich gehört, kann man auch Spotify installieren. Fertig. Schau mal, ne? Das ist einfacher, dachte ich mir, ja. Äh, ja, dementsprechend, danke fürs Dabeisein, danke für die Zuhörer, Zuschauer, vielleicht auch fürs Dabeisein. Also, bleiben, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, bleibt gesund und, ja, euch beide höre ich dann irgendwie die Tage. Wir hören uns und jetzt ganz viel Spaß bei Twitch.tv, Schrägstrich Sand of Sinner, jetzt direkt reinschauen, weil jetzt geht's mit Debian 12 und ButterFS weiter. Also.